Neue Maus. Guck, ob das Problem jetzt an der Maus lag, dass ständig so mein Zeiger ausgesetzt ist. Ja, wir müssen zurückgehen. Schauen wir mal, ob sie nicht irgendwo hier rumgammeln und irgendwelchen Quatsch versuchen. Das ist echt super schwer zu klicken. So viele Muskeln habe ich doch überhaupt nicht. Das ist gut. So, man, da wird zwei. Weil er so nicht am Tower ist und gerade nicht so viel Rüstung dabei hat. He has no armor left. Good job. So, machen wir mal die. Range wieder fressen, die Rune einsacken. Oh, das ist cool. Almost für den Tag. Okay. Okay. So kann ich nicht spielen, wenn ich so klicken muss. Krieg ich Muskelkarte. Das geht nicht. Das geht nicht. Literal nicht. Unplay roll. Wenn du nicht blockst, ich brauche das oder was. Steig. Das ist besser. Nee, das ist besser. So, das ist besser. Er, den introduction. da hat man so eine wo es ein bisschen runter geht ja 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 Was ist das? Na komm, jetzt hättest du ein bisschen Schicker machen können. Mal ein Versuch hier oben. Eine Donation. Was haben wir hier? Shaker ist hier. Okay, three are top. You either own him bottom or you help us top. Not helping shit. Sehr gut. Rotation verhindert. So kann ich nicht spielen. Ich krieg Muskelkater schon im Finger. Das geht nicht. I'll do that. Put this soul to use. Level 4 aufnehmen. Boom. 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 Da waren drei top. für lange Zeit oh mein Gott, wie kann man den Timber verlieren mit Bloodseeker he probably wasn't the only one there were three top ah, der will 6 werden da gehts natürlich auch, dass er raus tippiet so ne, den Flank würde wir noch machen hat er auf andere Sachen fokussiert ähm, ich glaube in dem Spiel Forstuff ist ziemlich gut welches Level hat der Seeker Level 5 Glimmer Cave ist alles ziemlich gut Glimmer Cave ist ziemlich gut Forstuff das sind vielleicht auch die Sachen die ich jetzt ähm baue als nächstes ich will noch was kleines machen weil ich jetzt nur die Wards hole okay ok ok bin Geht Level 6 impost Oracles ist hier, Oracles ist behind you. Ja, du bist Doomed. Doomslag. Doomhemd. Ja, du bist. Ja, du bist. Ja. Ich habe mich nicht in der Mitte. Also, ich bin in der Mitte. Ich habe mich hier gebrochen. Die Structures are fortified. Midtire taking damage. Get out guys, why you stay? Get out. Just run, run back. Get out. Dyer have fortified their towers. Harharharharhar. I'm coming with ult. I'm coming with ult. This is it. It is not time yet. You've got something. I'm coming with ult. Blöden Vögel, eh? Eisröste mir mal den Arsch gerettet. Tja, es lief trotzdem nicht besonders gut jetzt. Das Engagement. I'll keep an eye out. Böden Vögel hängte er rum. Böden Vögel hängte er rum. Ratscht confrostemankere Freunde. Bogdann, krio. das war kein old dann möchte ich ein bisschen unten aufstellen wie lange hält der noch obwohl der läuft jetzt in der zeit aus ein bisschen defensiver haben die den tower da nicht mehr ja das macht mich irre ich werde diese doofe maus zu klicken ist unfassbar ja ja mit und 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 langsam kommen wir ein paar level kämpfe und zurück in das blöde spiel don't make me slug we can kill it without help ... ... ... ... ... ... ... Vielleicht hätte es geklappt, wenn mir ein Krieg war da, weiss ich nicht, irgendwie, wahrscheinlich, vielleicht habe ich das falsch gesehen gerade, gut möglich. Yeah, should have used it, you're right. Frost-A-Po-Cum-Trich! Haste! Scree Frosty! Bone-Chilling? Melt for me! What's a little Frost among your friends? Midtire taking damage. Almost there! What's gonna have you Frost upon us? Stay Frosty! Fuck! Okay, on my way. Oh, ich habe das Gefühl, die ist viel, also, es fühlt sich viel besser, ne? I'm on my way bottom, got ult. On my way bottom, got ult. Well done. Nice play, guys. Nice play. Ah, twice the strength. What's a little frost among the enemies? Enemy's bottom tower has fallen. Stay frosty. All the greater good, mine. Frost upon us. Yeah, guys, all miss and they have echo in the position. Timber is top. Okay, take tower. Then go back. Got you. Can I TP out? Nope, I expected that. Ah, I knew it, guys. Yeah, it was about positioning. And then we got hit multiple by the echo. And that false stuff soon? All we need this Vision versus Shaker and we are fine. Yeah, the complete last walls I carved. Yeah, I'm very thankful for. They're all here, careful. Nice, nice. Oh. Message behind us, careful. A little bit of mana. I'll put this soul in use. I'm not going to leave. Yes, I'm sorry. Message here? Geh ja f*** ein Kindle da Ah, da wäre ein schnellere Stun vom Earthbrew Zufall gewesen. Der Bild ist sehr furchtbar von dem. 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 Was ist ein Frosster? Was ist ein Frosster? Ihr mittel Barracks ist nicht mehr. Stay frosty! Frost upon us! Top tower! See how your top tower is still on the map? Frosty frosty! Swank it! I want you! I told you! Stay frosty! Take you! Frost upon us! Your top barrens are being fired upon! I hope your top barrens will help us! And if so, I've got great needs! Tossed! I've got a bit of guess! We want some little frosts with his fiends! Your willow tower is under attack! Make me mad! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.